Ja, ich sage immer, was ist besser als ein weißer Bildschirm? Natürlich ein schwarzer Bildschirm bei der Nummer. Und ja, damit herzlich willkommen zu GTFO. Das wird mal wieder so ein kleines, bescheuertes Experiment, denn ich habe mich mit dem Game eigentlich nur ganz, ganz rudimentär beschäftigt. Und ja, es ist alles noch Early Access, es ist alles noch nicht irgendwie fertig. Wir sind gerade bei irgendwie 0.56 vom Versionsstand her. Ich habe das Ding irgendwo im amerikanischen Raum bei den großen Streamern gesehen und fand es ehrlich gesagt ziemlich geil. Und ich habe auch die Entwickler angeschrieben und wollte einfach mal ein paar Demo-Keys haben, um das mal so ein bisschen zu zeigen. Ich weiß selber null, wie es funktioniert. Habe es natürlich nicht bekommen, ich bin ja auch kein Influencer, von daher passt ja. Aber guckt es euch einfach an, bildet euch eure Meinung, ich halte jetzt mal die Fresse. Ich habe es bestimmt nicht Moi PPE gemacht. Ich habe es einfach ans Nied deus. Ich werde es unbedingt raus Haben, Ich bin gerade echt dankbar darum, dass mein Channel Up 18 geflaggt ist. Das Ding ist eigentlich echt Horror. Ich hoffe, die haben sowas wie ein Matchmaking drin. Ich weiß es nicht. Das hat leider kein anderer, mit dem ich aktuell spiele, dieses Game. Ich hoffe, das ändert sich vielleicht. Das muss ich ja nicht machen. Klicke ich auf Rundown. Connect to Rundown. Okay. Wie gesagt, ich habe keine Ahnung von diesem Game. Und das entlebt mich gerade sehr an Resident Evil. Mit dem unterirdischen Hive. Okay. Oh, wir haben ein Matchmake drin. Ist eine Alpha. Ist mir ehrlich gesagt doch egal. Wir klicken es jetzt an. Und stimmt, Prisoners war es. Ähm. Expedition. Sagen wir mal, Tier A Expedition ist vielleicht ganz nice. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob Tier A jetzt für mich gut oder schlecht ist. Ich behaupte einfach mal, es ist ein Anfangsbuchstabe. Äh. Und ist damit irgendwie 1. Es ist halt auch noch nicht wirklich gut beschrieben. Dann gehen wir noch mal 1 zurück vielleicht. Vielleicht sehe ich es da nochmal. Also wir haben da oben A1. Dann haben wir B1, C1 und E1. Mh. Mh. Okay. So. Und jetzt. Okay. Ich weiß nicht genau, was Tier A dann bedeutet. Ich sage jetzt mal A1. Mh. Das ist mir ehrlich gesagt fast egal. Oh, warte mal. Das heißt, wir haben Push to Talk irgendwo. Yay. Da sollte ich vielleicht mal kurz in die Settings gucken. Mh. Gameplay, Hot Voice, Keyboard und Mausmapping. Gucke mal da. Also Move Left. New Cursor Left. Left Error. Up Jump Space. Use ist E. Okay. Reload ist R. Melee ist C. Das will ich gleich mal ändern auf Maus 4. Aim ist Maus Right. Okay. Fire ist Maus Left. Run ist Left Shift. Crouch ist Left Control. Das bin direkt sympathisch. Ähm. Select Melee Weapon Alpha 1. Alpha 2. Ich weiß nicht, was er mit Alpha meint. Ich vermute mal, dass er einfach da oben die Nummer tasten. Ähm. Toggle Map ist Tab. Das ist gut zu wissen. Ach, guck mal hier. Alt Left. Das ist quasi der hier. Das ist dann Voice Chat. Ich würde sagen, das ist jetzt bei mir Maus 5. Okay. Send Text Chat ist einfach nur ein simples Return. Das ist... Kann ich mir gerade so merken. Close Text Chat ist Escape. Und Hold. To Show Teammate Info ist None. Tja. Wann wäre sowas sinnvoll? Ich kann auch nicht drücken. Ich drücke es mal auf C. C ist aktuell nicht belegt. Und... Objectives ist aktuell O. Ich habe eine Flashlight mit F. Ich habe ein Gear mit Y. Was ist denn ein Gear mit Y? Habe ich schon mal Q belegt? Hab ich Q belegt? Nein, ich habe kein Q belegt. Also... Gear fliegt jetzt mal auf Q. Okay. Das sieht brauchbar aus. Komm ich da wieder raus. Soll ich auf Settings oder auf Rundown? Ach, ich muss auf Rundown. Okay. Hat das schon gespeichert? Kein Speicher Button. Nirgendwo. Okay. Gut. Wir klicken mal auf Matchmaking Alpha. Und... Gehen wir mal auf A1. Also wenn es Deutsche gibt, warum nicht? Wir probieren es erstmal. Und Secondary wäre dann für mich ganz klar Englisch. Bin eh schon vorbeigerast. Okay. Ach, da ist Englisch. Everyone must use voice chat. Ja, das ist prinzipiell okay, finde ich. Und es gibt auch noch einen GTFO Discord. Aber ich dachte, ich starte jetzt einfach mal. Gucken wir mal, was passiert. So. Press Type. Genau. Maus Button. Fear to talk. Äh. Okay. Jetzt warten wir mal aufs Match. Mal gucken, was passiert. Ah, ich bin aufgeregt. Oh, ich mag dieses Menü vom Style her. Das erinnert mich so ein ganz kleines bisschen an Dead Space. Aber der Style ist halt auch komplett so anders von der Farbgebung her. Dass es auch wieder was eigenes ist. Boah, jetzt hoffe ich natürlich, dass ich irgendjemanden zum Spielen finde. Das hört ziemlich komisch an. Ich hoffe, dass jemanden zum Spielen fällt. Ahem. Aber ich könnte mir schon vorstellen, dass es ein bisschen... Jam the German. Hey, moin. Alles schön? Naja, also da fehlt was im Bild. Hast du nicht ganz unrecht? Pankam 2. Im Prinzip zock ich auf 32 zu 9. Und das Video wird später, sofern ich denn hier ein Game hinbekomme, auf YouTube hochgeladen. Und du findest bei YouTube findest du den Content für 16 zu 9, für 21 zu 9 und für 32 zu 9. Also quasi das gleiche Video im Prinzip im richtigen Seitenverhältnis. Und deswegen, also wir müssen leider ein bisschen damit leben, dass jetzt so ein bisschen was aus der Mitte rausgeschnitten ist. Aber immer noch besser, als wenn du oben und unten halt riesen Balken hast. Nice, Alter! Ich hab ein Match! So. Die große Preisfrage. Deutsch, Englisch? Fragezeichen. Vom Namen her würde ich mal tippen... Ich würde sagen Englisch. Also Senpai. Ganz klar. Irgendwo asiatischer Raum. Honda E. Das müsste ich lügen. Hört's bis nach Honda an, aber... Okay, einer ist raus. Muss ich eigentlich irgendwie sagen, ich bin ready? Okay, der ist auch raus. Sehr zu früh gefreut. Oh lol. Ready for Catch-Stop? Welches Level? Ich habe gerade erst angefangen zu spielen. Ich habe das Game gerade zum ersten Mal gestartet. Ähm, ich habe Matchmaking auf A1 gesetzt. Und ähm... Ja, vielleicht macht das Sinn, dass ich einfach sage, jedes verfügbare. Das macht vielleicht... Das macht vielleicht das einfacher fürs Matchmaking. Ach, warte mal. Ach lol. Ich hätte einfach nur unten drauf klicken müssen. Okay, mein Fehler. Das hätte ich gleich machen sollen. Jetzt bin ich wahrscheinlich komplett allein im Game. Ist das natürlich noch beschissener. Ich starte gleich nochmal neu. Alter, ist das gut da. Diese Aposphäre ist einfach atemberaubend. Ich bin gerade ein Gänsehaut. Ich hatte den Gänsehaut. Ich hatte den Gänsehaut. Ich hatte den Gänsehaut. Ich hatte den Fisch. ok ich bin wirklich der einzige idiot hier ich unterbreche dann mal kurz das game das hört sich gut an wenn ihr bock habt edit mich einfach bei steam kurz und dann können wir auch gerne mal runter zusammenspielen wenn ihr wollt einfach nur let's bash.de ist mein steam name da fliegen nicht all zu viele davon rum das passt schon ich sollte es alleine versuchen ist das dein ernst also ok ok lass mich mal kurz gucken also ich versuch ja ok ich habe noch nicht mal eine ahnung welchem level ich drin bin ok da ist einer ich höre da drüben habe glaube ich noch einen ok ich war ja nicht eben gerade der ansicht gewesen dass ein one hit kill ausreichen würde aber das wohl was anderes was ich gesehen habe also ich versuche jetzt mal ich gucke jetzt mal so weit wie ich kommen holy alter genau das war die nummer hä wieso habe ich denn geräusch gemacht ich habe nicht mehr die taschenlampe an unabhängig davon sieht man auf mir doch nichts was haben wir denn hier fallen ist stream interrupt drücken mal kurz die m taste für map ne tap was tap was tap was oh was ist das ja ich möchte mal zurück ah spende spitte hallo mein locker ok was kannst du was habe ich da lockmelder ist das ein lockmelder oder tatsache was ist das egal mein hämmelchen so das hier hin drücken mal ein bisschen tap ja das ist hier wohl auch die einzige achso von der anderen seite könnte ich mal gucken tada tada ich habe auch extra heute mal die mucke im stream ausgemacht weil ich einfach diese mucke hier so eindrucksvoll finde current progress idam hier ist jede menge technischer schnickschnack und overlay drin irgendwelche checksums und sowas ich finde es total geil gemacht dass man auf solche kleinen details geachtet hat auch wenn ich glaube dass sie gar keinen sinn machen aber ich meine man bedient ja auch hier eine halbe dos box so äh was mache ich jetzt mit dir komme ich da rein oh ja hallo ich hoffe man kann den stream einigermaßen gut erkennen und ich glaube dass im game auch der umstand dass vielleicht ein bisschen was vom bildschirmrand fehlt auch gar nicht so wild sein dürfte okay ja wie gesagt also ich hätte damit erstmal prinzipiell keine schwierigkeiten wenn ihr mitwacht ähm würde ich auch irgendwie cool finden ein bisschen geguitet zu werden Achtung fertig Achtung fertig oh so und tschüss also wie ihr wollt er sagt ihr wollt ne runde mit zocken Aua Aua tu denn her oh oh shit ja jetzt habe ich glaube ich ein bisschen viel krach gemacht äh wo ist denn was brauchbares ich glaube nicht wenn man eine bobblase um sich vorher schafft dann kann man mit lichtgeschwindigkeit reißen okay okay das war jetzt irgendwie nicht sinnvoll was ich gemacht habe auch wenn ich dachte dass ich hier einigermaßen schleichen sollte ach da ist meine große bumme die habe ich gerade gesucht wo ist denn die warte mal hoch was ist das denn was kann ich mit die denn machen okay ich tipp da jetzt mal nicht selbst rein okay der hatte mir jetzt keinen bock hier geht es nicht weiter schade also deshalb fühle ich mich so komisch ja geil ähm help use the arrows to write commands return enter execute commands backspace to reverse a character ja ok klar äh tab ah immer commands junge okay wir können was wollen wir denn nicht machen was suchen wir eigentlich äh äh gib mal list was da los ja ok sektor sektor door locker box tool refill medipack ammo pack locker was suchen wir eigentlich suchen wir festplatten tool refill ammo pack box ok d colocar ko etwas wo tun mat ified apron kirch teil lab Schade, geht leider nicht. Ne, geht auch nicht. LOL, das geht sogar? Okay. Ach, GX sind dran gehauen, schade. Okay, nada. Hm, das ist aber blöd. Was können wir sonst noch so machen? Äh, die mal locks. Was mache ich, wenn ich einen Lock gefunden habe? Darf ich es behalten? Ähm, oder kann ich, warte mal, kann ich reads? Kann ich read, kann ich read, kann ich read? Locks, read. Read auto underscore gen underscore status punkt lock. Zack. Da, 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 notify all connected nodes, warning temperature alert, main server room temperature exceeding, hast du nicht gesehen. Ja, hat jemand da einen Monitoring im Griff, ne? Uh, warning temperature alert, end, IP, service control, automatic safety measures, complete automatic, blah, blah, blah. Priming connected nodes, emergency data transfer, compiled network, network, network. Ähm, automatic safety measures, end, data, alert, emergency data redistribution, okay. Okay, warte mal, Sekündchen. Ich hab da eine Idee, ich drück mal die O-Taste. Main objective, Gator, six hard drives. Oh, danke fürs Gespräch, jetzt weiß ich was ich machen muss. Okay, also, Kommands, wir machen einmal List, Pipe, HDD, und rein da. Okay, warte mal, irgendwie war das anders. War das schwer, Stern, HDD, Stern, zack. Auch nicht. Junge. Äh, nein. Äh, wö, 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 wö. Hat, hä, HDD? Da, HDD underscore. Ah, warte, Oda hatte ja in der Syntax ein Problem. Dass man sagt, List, Pipe, HDD, Stern. Weil er vorne einen Zeichner annehmen macht, er nicht. Ah, SQL. Geht auch nicht. Junge. Ach so, ja, weil ich den Grab davor vergessen hab. Weil ich den Grab davor vergessen hab. Falsch rum. Ich muss mich nur dran gewöhnen, weil alle Tasten gehen nicht. Auch nicht. Okay. Das ist aber komisch. Grab HDD underscore. Shit, jetzt hab ich mir das nicht gemerkt. Da, 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 da. Hören wir zurück. Wir fangen mal einfach ganz vorne an. So, die erste HDD, die ich finde, ist die 248. Okay. SDG, sie geht natürlich nicht. Warum auch? Ach, shit. Ach komm, lass mal. Äh, ich muss hier noch pingen. Stimmt, da war was. Äh. Ping. HDD underscore 248. Drei, vier, acht. Der Quest Timeout. Das ist aber doof. Ach, Heiliger. Hast du schon Commands gemacht? Äh, ja. Also, wenn du das hier meinst. Ähm. Query HDD underscore 248. Ich bin aber grad total random unterwegs. Also, nicht wundern. Ich bin grad eher im Tryout. Out of Range Zone. Okay. Ähm. List. Geht das? LOL. Okay. Man muss den Grab Deck schmeißen. Einfach eine neue HDD rein. Dann funktioniert das. Okay, wir haben. Es schadet, dass ich nicht pipen kann wie ein Power Shell. Ach, guck mal. Dragon ist am Start. Ähm. Dragon hat halt das Game noch nicht. Aber, wobei stehen geblieben? 224. Ach, Quatsch. Blödsinn. Ich wollte, ja. Query HDD 224. Out of Range. Okay. Dann haben wir. Äh. Duck. Out of Range. Ist das eigentlich so die richtige Vorgehensweise, was ich hier mach? Dass ich jede HDD jetzt dummerweise einmal durchrenne. Und gucken, äh. Wobei, stimmt. 233. Da steht es ja auch eigentlich. Äh. Tata. Huch. Da war was. Genau. Ähm. Wo ist denn jetzt 133? Ich bin hier in 32. Ah. Gute Frage. Nichts. Also unter der Prämisse, dass ich wahrscheinlich eh gleich im Ärmel bin. Das war übrigens mein first try mit den Commands. Da liegt leider irgendwas, nichts rum. Okay. Und, äh. Ich hoffe, die Frage ist legitim von mir. Wenn ihr wie die Idioten in Anführungsstrichen rein rennt, äh. Schafft ihr das Level? Also nicht bös gemeint oder so. Ich würde einfach mal gerne interessieren, ob das funktioniert. Kann ja auch eine Strategie sein. Ist das jetzt eigentlich sinnvoll, was ich hier mache? Kann ich mich eigentlich? Warte mal. Oh. Okay. Echt? Bin ich so schlecht zu verstehen? Ähm. Ich wollte eigentlich wissen, wenn ihr wie die Idioten rein rennt, funktioniert das? Also funktioniert das mit der Game Mechanik? Also könnt ihr das Level damit abschließen? Wollt mal gucken, ob ich mich selbst heilen kann. Ich habe einen Lockmelder. Ich weiß nicht, was das ist. Okay. Scheinbar nicht. Njom, njom, njom. Wo ist der? Okay. Ist krass. Ich habe die Lautstärke extra schon runtergedreht. Ah, da oben. Okay. Aber von mir müssen wir zocken. Bin ich gleich im Arsch. Zack. Oh. Es gibt... Ah, es gibt Headshot. Headshot mit Hammer. Jawohl. Hier knistert auch schon wieder einer rum. Ja, keine Ahnung. Also wenn es funktioniert. Oh, da. ist das... Oh, da hat er geschrien. Ah, so langsam. Vielleicht ein Gefühl dafür. Alter. Das Game ist schon echt hart. Das Game ist schon echt hart. Auch wenn ich ganz, ganz ehrlich bin. Ich... Das hört sich jetzt vielleicht doof an bei der Geschichte. Aber ich glaube, dieses Game war gefühlt gar nicht mal so viel aus. Ich glaube, das ist schon so viel aus. Nein. Zack. Na? Oh, shit. Der legt ja noch ohne Kopf. Ja, sozial. Ha! Stimmt doch einfach! Ach, lol. Mein Leben regeneriert sich wieder bis zu einem gewissen Grad. Wahrscheinlich bis 30 Prozent. Okay. Äh... Welche Area sind... Welche Area sind wir gerade? 32 E. Okay. Ja, der hat keinen Bock auf uns. Ich glaube, jetzt habe ich sie alle. Steht sie auch groß und breit. Überall sogar. Unglaublich. Kann man denn so blind sein? Ähm... Okay, da drüben geht's weiter... Warte mal. Ist das nicht einer dieser Türen, wo gleich wieder Alarm ausgelöst wird und dann ist gleich wieder Halligalli im Raum? Äh... Äh... Okay. Hallo! Komm, war auf die Bude! Eyööööö! Ойöööö, eyööö! Okay, aber die Atmosphäre ist echt nice Oh, sind das zwei? Ja, das sind zwei. Ich glaube der hat einen Schluck auf Huch, das war doof Okay, Leben regeneriert sich nur bis 20 Prozent. Auch wieder was gelernt Jetzt unten ist das Chat-Schwenzer verrutscht Scheinmodig ey Oh Junge Oh jetzt ist mir egal Na kommt her Jetzt habe ich noch keine Lust mehr Husch husch Wie jetzt? Hallo? Ich hätte jetzt nicht erwartet, dass die alle auf mich drauf stürmen Nach der Aktion Sondern nicht Okay War es das? Ach guck mal, 233 A Schön Äh Gibt es hier irgendwas? Gibt es hier irgendwas? Eieiei Oh Nein, ich habe eine Festplatte So kann man das auch machen Sag mal, seid mal ehrlich Geht ihr eigentlich an den PC ran und hackt hier jedes Kommando durch? Oder guckt ihr einfach auf der Karte wo der nächste Spind ist? Was? Ja Was für ein PC? Hahaha Haha Lock, lock Was habe ich denn hier voor en Est? Ist das ein Ammo-Kit? Ja ist es Ja, keine Ahnung, äh, nicht brauchbar. Was ich aber so krass finde, ich meine, der ganze komplette Zeichensatz hier sieht einfach aus wie DOS respektive Windows CMD. Ähm, das ist kein Linux. So, warte mal, gibt es hier irgendwas? Also hier komme ich nicht weiter. Weil hier ist... Ach, warte mal. Nein, lol! Okay. Und schon geht's da rein. Das ist das Spiel, das uns weht. Okay. Ich glaube, in jedem anderen Spiel hätte ich gesagt, diese Arena hier wäre jetzt wieder prädestiniert für so einen Bosskampf. Aber hier ist doch gerade mal gar nichts, oder? Äh, okay. Okay. Das ist ja lustig. Was haben wir hier? Refill Pack. Okay. Äh, Ammo? Oder was mit Refill Pack? Keine Ahnung. Okay. Am Spawn? Muss ich jetzt wieder zurückrennen? Was wäre denn da gewesen? So, ein Scanner. Okay. Ich glaube, hier kann man nicht weiter. Das ist nicht großartig. Oh, lol. Was ist das? Ne Trip, mein. Oh. So, der ist schon weggelockert. Was ist denn hier so? Da so? Nein. Aber beeil dich. Los. Wann der Spawn? Ach, lol. Ich bin im Kreis gelaufen. Wie schön. Äh, oder? Ne, warte mal. Der Spawn war doch hier. Hm. Das heißt, einmal obdrehen. In die Richtung. Ach, lol. Ich bin gerade ins Spawn gegangen. Okay. Orientierung wieder wie ein Maulwurf. So, welches Item meinst du denn? Hm? Wie? Oh. So, warte mal, war ich da auch schon? Nee, da ist noch ziemlich tote Hose. Würde sagen, mal anklopfen. Oh, was war denn hier? Hm? Okay. Entweder oder. Hoch. Achso. Ja, hat nichts zu holen hier. Jupp, kennen wir schon. Okay. Das haben wir auch schon. So, gucken wir mal, ob die gerade wie spät es ist. Da wäre noch eine Tür gewesen. Nee, Quatsch, locker ist es. Kann auf der gerade glaube ich nicht. Ach doch, so kann man schieben. Mittlere Maustaste. Alright. Ja, da geht es nur in eine Richtung. Nämlich da lang. Wieder so brennen. Sleepers. Hm. Ich gucke mal, ob da unten noch einer abhängt. Okay, oben ist auf jeden Fall einer. Jetzt wird es mal die Karte checken. Okay. Also ich denke mal, dass hier ist noch eines der einfacheren Level, weil so wie ich das jetzt im Moment deute, ist es ziemlich schlauchförmig aufgebaut. Okay, warte. Ich glaube, ich mache Krach, wenn ich das mache. Okay, hier geht es im Prinzip weiter. Zum nächsten. Wo ist der kleine Mann, Magenverstimmung? Ich habe da eine Tablette dabei. Mal, wer da ist. Wir haben Sleepers. Jo. Don't make a sound. Ich kenne ihre Freunde und wir sind in tiefen Scheiße. Easy. Okay, ich glaube, wenn man ein bisschen Routine hat, ist das eine echte entspannte Hausnummer. So. Alright. Roll, Mad Pack. Ja, her damit. Äh, okay. Achso, ich muss ein bisschen weggehen. Hä, wie nehme ich denn das jetzt? Return it up. Nein, das machen wir nicht. Ah, okay. Wie oft geht denn das? Ah, John ist weg. Gut. Das sieht wieder nach einem größeren Areal aus. Ach, guck mal, da ist was komplett eigenständiges. Ich gehe erstmal nach rechts. Das ist 33C. Und hier geht es dann zu 33D. Die hole ich mir gleich. Hm? Jetzt höre ich hier gar nichts. Okay. Ja, Mogelpackung. Nix dahinter. Äh, okay. Ja. Hier mal kurz hoch, wo wir uns nochmal den spinnt. Und tschüss. Hm, das ist ein Refill Pack. Okay. Und weg ist es. So. Einmal Ammo Pack. Gut. Und weiter. Wo gehen wir als nächstes hin? Ich würde sagen, wir machen den hier. Äh, wenn es hier überhaupt aufgeht. Sieht ja nicht so aus. Hm. Ja, dann gehen wir da rein. Komplett anderes Areal. okay das ist jetzt cool irgendwas sagt mir das war jetzt gerade scheiße Alter, hab ich gerade checkt, wo kommt ihr denn her, in dem Ding ist noch nichts mehr drin gewesen okay das ist, ich würde sagen das ist mein Tod okay das Spiel hat mich, das Spiel hat mich wow, das ist, das ist gemein das ist echt gemein get wrecked, get rich or try dying okay der ist nice also, nochmal Angebot steht, wenn ihr bockig seid, dann edit mich einfach kurz bei Steam und ich laute euch ein ansonsten versuche ich nochmal die Nummer mit Matchmaking mal gucken, ob es diesmal klappt get the fuck trapped ja das ist das ist absolut richtig es macht aber irgendwie auch wieder unheimlich Spaß also gerade in so einer Situation, wenn man glaubt hat das Spiel zu verstehen und dann zu denken hey der Raum ist safe und da passiert genau sowas ist es halt auch wieder nice das ist schwer zu beschreiben ach Lobbycode äh, gibt es ein Lobbycode warte mal hallo Lobby hast du ein Code? ach lol okay, 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 überzeugt Sekunde ähm, ich poste einfach mal öffentlich rein rein mit euch ja, hey, hi Jam schön, dass du mit dabei bist jawohl kann ein paar mal auch mit am Start was ist denn nicht die Träner, die ihr sucht? geil das ist einfach mal Aussie-Bunker auch nicht schlecht so, Jam ist noch nicht ganz ready ach, stimmt, ich kann ja irgendwas auswählen, oder? ach lol geht das schon? geht tatsächlich ach, das ist ja cool oho what the hell Combat Shotgun okay ich kann eine Autos-Entry aufstellen bin ich direkt dabei Char-Char-Char-Attack was? so, und los geht's Ajox? you got a dead wish you got a dead wish hell yeah hell yeah hell yeah all right all right ich seh schon, Lichtgeschwindigkeit ist hier ein armer Programm ist ja krass, also so viele hatten wir nicht gehabt oder ich zumindest nicht also scheint die Gegneranzahl proportional zu der Spieleranzahl zu sein äh, wie sollen wir da jetzt vier? okay wir haben jetzt der vierte her ich dachte, ich was dagegen hätte say what? was hat der denn gerade gemacht? okay, so kann man das Spiel natürlich auch spielen mental Das ist der Fall, ich schreibe ihn auf der Tür! Auf mich! Wir müssen Bioscan! Ach wie geil! Einfach mal die Tür zu der Fahrt. Das ist aber echt krass. Ich wusste nicht, dass das geht. Das ist offensichtlich, wenn man normal läuft, ohne zu sprinten, macht man wohl auch kein Geräusch. Das ist interessant. Schon ist der Raum platt. Ah ok, man kann auch den Hammer nicht ewig aufgeladen halten. Okay. Also es funktioniert erstaunlich gut bis jetzt. Hm? Was ist das? Ok. Oh ja, ich sehe schon. Ist aber cool. Hm. So, ich vermute mal jetzt geht es rund hier. So, und jetzt kommen gleich noch diese andere Teile auf den Boden. Da ist mir. Okay. Das war jetzt weniger schrecklich als alleine. Ne? Viel weniger. Ach shit. Okay. Okay, da war ich ein bisschen zu confident. Ist aber krass, wie schnell man auch wieder down gehen kann im Game. So, was haben wir noch so? Die Autocentry hatte ich noch am Start. What? krass geht es wieder. Okay, erested viel gut wie mit dem aufgelistetigen Stab lossqu browsing ist. Hmm und so ähnlich. Also ich vermute mal, ich muss mich jetzt hinstellen. Nein. Was ist das? Ich hab aber ehrlich gedacht, in dem Game wird ein bisschen mehr mit Voice gearbeitet. Aber ist offensichtlich gar nicht so. Macht das hier Sinn, die Sentry aufzustellen? Oh ja, macht das. Ach so, ne warte mal, ich musste hier aufstellen. Ups. Oh. Haha. Herrlich. So gerade dass ich selber mit der Sentry beschäftigt habe. Oh. Oh. Huch. Dankeschön. Okay. Kann man auch wieder mitnehmen. Moment. Ey. Nemesacker. Heißt Wirken. Tch. Warum? Wieso? ich weiß. Hi bei suchen. Okay. Okay, wenn die Jungs hier schon ihre Sentries aufstellen? Ja, wir probieren es einfach mal. Ich stelle meine mal ein bisschen dazu, dadurch hilft es ja. So, die scannt jetzt auch oder was macht die? Oh, Tatsache, es hat nur eine Weile gedauert. Okay. 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 Ach klar, und die kommen jetzt oben? Ach, die muss man nach und nach machen. Krass. Okay. Bei dessen kommt Gegner, okay, verstehe. Krass. Okay. Die droppen leider nichts, ne? Ah, schade. Boah. Ich lass die Sentry mal so lange da stehen. Ach, die kommen immer von der gleichen Ecke. Ich mach sie nicht! Schlecht. 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 Ach lol, ich kann durch die durchklippen. Okay, das ist also gar kein Indikator, dass das viel platt ist. Die halten ganz schön viele aus, die Großen. Krass. Da drüben ist irgendwas. Ongoing. Oh, fine. Madpack. So, sehe ich da nicht die Dings der anderen? Den sehe ich glaube ich nicht. Okay. Echt der Nachteil bei dem Game ist, wenn man zu breiten Monitor hat, dass man den Chat links unten hat, total aus den Augen verliert. Das ist so geil, wie Jem einfach durch rennt. mit Taschenlampe an vor allen Dingen. Mit Taschenlampe an vor allen Dingen. mit Taschenlampe an vor allen Dingen. Und Gumpham ist am PC. mit Taschenlampe an vor allen Dingen. mit Taschenlampe an vor allen Dingen. Ja dann, lass kommen. Krass. Krass. Oh! Ich muss die Sentry nachladen. Wo sind die hier? Hä? Die Combat Shotgun, das ist die Auto Sentry. Okay, ich glaube die hat keinen Saft mehr. Richtig gut. Das ist so geil wie bei den Sound-Effekten einfach das Reiben der Hose hört. Warum ist Sam Jam so schnell? Krass. Wahrscheinlich hat seinen Charakter einen Buff. Okay. Oh, vielen lieben Dank Dragon. Schön, dass du mit dabei bist. Das ist übrigens das Game, von dem ich dir erzählt habe. GTFO. Und ich habe irgendwie übelst Bock, das einfach mal auszuprobieren. Und das ist echt nicht ohne. Das ist wieder etwas komplett anderes. Seid ihr da hochgekommen? Okay. Okay, ich bin gerade kurz los. Oh lol. Okay. So, wie viel haben wir eigentlich schon? Wir haben vier von sechs Festplatten bereits. Das ist schon mal ganz cool. Okay. Also wenn Jam die Tür zu macht, ist das meistens nichts Gutes. Oh ja. Also kommen die Jungs mittels von hier. Verstehe, verstehe. Ja. Kann man übersehen, nicht? So, dann warte mal. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob meine Autos hier noch überhaupt irgendwas kann. Doch, 160 steht da drauf. In Gun Pump macht hier direkt den Terminal. Start klar. Kann man das ja nicht lesen? Oh lol. Okay. Das ist echt schon bedrückend, dieses Gefühl. Das ist echt schon bedrückend, dieses Gefühl. Das ist echt schon bedrückend, dieses Gefühl. Okay. Okay. Das sind jetzt eh gleich alle. Gib mir her das Ding. Lol. Ist ganz schön kopflos unterwegs gewesen. Hä? Hä? Wo ist das jetzt hin? Ah! Lust! Oh! Da ging's lang. Äh. Ja. Hier ging's lang. Ach da. Alright. Mhm. Huch. Lol, sieh die schnell. Oh, lol. Okay. Ey, warte mal, ist hier richtig? Ne, hier ist total falsch. Was hier? Ja, hier war's. Hoch. Entschuldigung, ich bin zu spät. Tada! Wieso bin ich denn nur so arschlangsam? Das ist echt krass. Ohne Mist. Hier macht mich fertig. Das ist echt overwhelm, wenn man das Game zum ersten Mal spielt. Ja, du zockst schon länger. Sieht man sofort. Wie hast du das gemacht? Warte mal. Oh, lol. Was ist denn? Baudit… Ich hab' ne F-Schuss. Was? Oh, Loll. Ey, wo du hinschießt, du triffst immer die richtige. Alter! Hu, hu, hu. Hu, hu. Alter! Oh. Okay. Ach, ihr seid schon alle weg? Oh, wer kommt denn da? Mein Gott, man kann mein Charakter gut schreien. Okay. Was macht der Jam da gerade? Oh, Loll. Jam ist auch down. Das heißt, es ist Gunpum und... Ich will den Namen nicht lesen. Ich will den Namen nicht lesen, muss gucken. Kaisen, ist nur noch am fighten. Auch auf zu schreien kommt jetzt eh keiner. Krass. Aber was mich halt wundert ist, es gibt keinen Teil mehr, der abläuft, dass du endgültig gestorben bist. Hilfe, Hilfe. Ist ja ein Ding. Der Ohr. Loll. Alter. Hallo. Hallo, Kaisen. Dankeschön. Äh... Ah, ich kann mich wieder bewegen, okay. Gucken wir mal, wo Jem steckt. Ach, Jem ist auch schon wieder im Leben? Cool. Ich hab doch, ich wollte gerade sagen, ich hab doch noch ein Madpack. Ein Medpack. Schönes Med. Oh, guck mal. Wo ist hier so los? Äh, das mache ich wieder. Achso, ja, die Nummer. Ups. Oh, Amropack. Genau das, was ich jetzt brauche. Zack. Huch, wo ist jetzt der Rest? Na, Kaisen ist da. Äh, was tut, Trieft? Okay, nichts Neues im Chat. Jem macht die Tür zu. Das heißt, wieder nichts Gutes. Äh, braucht jemand Ammo? Ich benutze mal Push the Hawk. Mal gucken, ob's geht. Okay, achso. Brauch jemand Ammo? Hey, wir müssen Bioscannen. Watch your back. Apropos. Hm, ich meinte da oben. Wo kommen die Jungs-Mädels eigentlich her? Oh, da drüben wahrscheinlich. Ich mach mal kurz hier den da. Achso, ich will das holen. Ja, das war die richtige Entscheidung. Oh, lol. Äh. Es gibt einen Zwei-Front-Krieg, glaube ich. Warum schreit die eigentlich? Oh, shit. Die hat kein Dings. Ah, das trifft sich jetzt prima. Oh, schade. Das reißt heute nicht ab, die Sterberate. Uiuiui. Geh weg. Push. Mit Köpfen. Ah, shit, aber. Laufschlampe. So, ohne Kopf denkt sich's besser. Wo ist da mein Ammo-Pack jetzt wieder hin? Da. So, hat das Ammo-Pack meine Sentry nicht aufgefüllt? Oh, bist du hässlich. Komm her. Bioscan, get in. Äh, Bioscan. Entschuldigung, ich will der Letzte. Was? Okay, das war unerwartet. Das war, das war echt krass. Also, mit dem Anfang, glaube ich, abgezogen, waren wir jetzt eine Stunde gut im Level drin. Das ist echt eine krasse Hausnummer. Boah. So. Das war eine kurze Runde GTFO. Wie High und Extreme. Haben wir gerade auf Level High und Extreme gespielt? Wobei ich ehrlich gesagt nicht weiß, wo ich das eingestellt hätte. Oder sind es eher sowas wie Achievements? Weil ich dachte, A1 ist eher so... Echt? Oh. Ähm. Äh, äh. Krass. Achso. Jetzt komme ich mir gar nicht mehr so schäbig vor, dass ich so viel auf dem Boden lag. Achso. Oh. Oh. Das ist, äh, interessant. Good to know. Ja, krass. Ähm. Guti. Ganz kurz einen Moment. Ich gucke kurz mal. Wo ist er? Da ist er doch. So, eine Runde flüstern. Ich wollte gerade mal dracken, ob er loslegen möchte. Wir haben heute noch ein anderes Thema auf dem Tisch. Er hätte schneller sein können. Ja, Stunde ist schon lange, hast du recht. Oh, dracken ist gerade AFK. Wollt ihr noch eine Runde machen? Also, offene Frage. Lese ich da unten gerade? Nee, nee. Da steht gerade, nee, nee, oder? Ist das von eben gerade? Der Frage. Und was hat sich gerade an Steam getan? Hör ich gerade. Ach, da ist Dragon. Ach, bin doch da. Okay. Okay. Guti. Ähm, gucke ich nochmal eine Runde in den Chat. Wie kann ich denn eigentlich das Level wechseln? Äh, Dragon bist mir sehr böse, wenn ich hier noch eine Runde zocke. Ich würde noch eine Runde machen und danach können wir machen. Ist das okay? Okay, danke. Okay, Absolution wurde erteilt. Dann klicke ich mal da, klicke ich nach rauf, auf Current Expedition. Steht auf A1. Kann ich das ändern? Ah, ist das Settings? Okay, ich klicke mal runter auf Rundown. Und dann drücken wir mal runter auf A2. Change Expedition. Okay. Ach, cool. Gleiche Lobby. Und dann geht es im Prinzip auch schon los. Ja, nice. Dann, ähm, mach dich mal ready. Und dann geht es direkt weiter. Hahaha. Die Sentry war schon ziemlich cool, aber wenn ich ehrlich bin, habe ich keinen Schimmer, wie ich da die Munition nachgefüllt bekommen. Ich meine, die war sogar schon leer und hat da plötzlich wieder so 160 Schuss roundabout gehabt. Und das Pack hat nicht die Munition nachgefüllt gehabt. Übrigens, Gumpham, vielen Dank dafür. Alles klar, Dragon, viel Erfolg. Der hat mir übrigens ein-Tracken. Heute kannst du mal Host machen. Hahaha. 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 So, wie sieht es aus bei euch? Ich sehe überall noch not ready, not ready, not ready. Ah ja, da wird gerade fleißig geklickt. Wenn ich ehrlich bin, oh lol, da gibt es auch ein bisschen mehr. Öhö. Seen Automatic, Fully Automatic. Medium Range, Balanced Recoil. Oh, hört sich gut an. Wobei, warte mal, High Damage war auch geil. Oder? Medium. Ob ich das Ding gerade gesehen? Ah, hier. Long Range. Das ist der Sniper. Mit der Ammo Capacity. Hm. Naja, so viel, wie wir mich verfolgt haben, ganz im Ernst. Ich glaube, da macht eher sowas Sinn. Das sieht aus wie eine Thompson. Ui, was war mir denn da? Very High Precision Damage. Long Range. Hollow Point Rounds. Semi Automatic. Er heißt König. Heute ein König. Er ist ein Sniper. Okay. Also, mit anderen Worten, nicht geeignet, wenn dir irgendwelche Idioten gerade hinterher rennen. Dann nehmen wir doch hier die Burst Cannon. Dann nehmen wir doch hier die Burst Sniper. Ihr seid zu dritt in einem Voice. Ähm, habt ihr einen TS oder sowas? Oder Discord. canzt Jay. Ski auf. Okay. Stern, Stern, Stern. Keine Ahnung, wenn ihr Discord habt, kann ich Discord mal hochfeuern. So, Discord ist am Laden. Warte mal. Wir drücken schon mal auf Play. Okay. Hm. Komm, 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 komm. Oh, guck mal. Das sieht doch schon mal ganz nice aus, so. Ich sehe gerade im Disco ist bei mir gerade GTFO angesprungen. Achso, gut, der hat jetzt bei mir GTFO detected. Das hat natürlich nicht wirklich viel Sinn. Das hat eigentlich schon mal auszutauschen. Rezoßabox hier. Hm? Oho. Ist nur beide leer. Das passt doch schon. Jawohl, was ist ein Teil, ey? So. Ich watche. Oh, lol. Kommen die her? Oh. Herrlich. Weg das Ding doch ab, mein Gott. Ich glaube, das ist ein Ticken zu unpräzise. Ich glaube, das ist ein Ticken. Oh, lol. Okay? Das war's hier. Loll! War vielleicht nicht die beste Entscheidung gleich bei der großen Hube zu schießen. Aber ich hätte nicht gedacht, dass sie so eine große Vorlaufzeit braucht, bis sie mal losgeht. Was ist das? Hm? Oh! Oh! Okay. Sie was? Ist er weg? Ja. Das ist interessant. Ich glaube, irgendeiner hat seine Push-to-Talk-Taste ein bisschen nah auf der normalen Steuerung liegen. Und ich höre manchmal höre ich Keyboard-Inputs. Okay. Hm? Okay. tres ffff acht acht identities like Oh das sind die Sounds vom Tunnel. Vorne ist irgendwas. Ich stell mir schon wieder schön zu. Ich bin schon wieder schön zu. Untertitelung des ZDF, 2020 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 jetzt muss man auf die map gucken ok da rennt er rum da 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 Jetzt hast du wieder nicht aufgepasst. Jawohl, ja. Irgendwas sagt mir, wir sollten mal eine Sentry platzieren. Ach, das sind die Schwierigkeitslevel-Dinger. Okay. 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 ist gerade das Dings hochgekommen. Okay. Mahlzeit! So, ich sehe ja was mit Totenkopf. Das glaube ich nicht gut. Ich weiß nicht, musst du irgendwie links verschicken. Jawoll! So, wie geht's euch? Gut. Gut. Ihr zockt auch zum ersten Mal, ne? Sieht mal sofort. Ja. Genau. Ich hab bis eine Stunde Spielzeit. Ich hab schon ganz eine in A2. Oha. Jetzt sind wir nur durch die Session hier, oder? Ja, das ist das erste Mal, dass wir da sitzen. Das ist die erste Runde in A2. Okay. Ich hab grad das Spiel jetzt hier gelernt. Hab direkt den Key. Hier ist ein Army. Ach, das ist ja. Hier ist noch ne Nate. Jetzt haben sie es aber in dem Level. Ich weiß auch nicht, äh. Haben wir extrem preloaden, oder? Naja. Oder nicht. Einfach rein. Auf mich! Wir müssen Bioscannen! Ich hab einfach nur extrem mal. Oh, schönen Overload wollen wir machen. Aber ich wollte extrem preloaden, damit wir da nicht so lange drin stehen müssen. Höh! 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 Bann, bis zum Schandern kommen. Jaja. Das hier hat noch eine Schwierigkeitsstufe mehr, nämlich Overload. Nö, PE ist die Schwierigkeitsstufe mehr. Na, aber dann haben wir zwei mehr. Ja. Stimmt. Ich laufe euch mal ganz gespannt. Äh, vielleicht hab ich echt keinen Schimmer, was ich machen muss. Wir auch nicht. Ist ja das erste Mal, was ich spiele. Noch ein C-Farm dran, Alter. Ey, cool, Alter. Ist das jetzt schon die 8 oder so? Ich schmeiß sie einfach hier ran. Ich schmeiß sie auf irgendwo ran. Alles C-Form hier. Und ihr wisst schon, dass von der Tür die ganzen Monster kommen? Welcher? Dir gerade zugeklastet wurde? Ne, die Sand Tür kannst du wieder mitmachen. Okay. Habe ich nur so, weil wir haben zu viele C-Form dran haben. Ich bleibe auch gerade bei ihnen. Okay. Ist auch eine Methode. Ja, das hier ist eine tolle Tür. Ähm, jetzt nicht schießen. Einfach die ankommenden Wellen einfach mit dem Hammer. Der Alarm wird auch jetzt nicht mehr ausgehen, den werden wir jetzt bis zum Ende haben. Okay. Nur schießen, wenn wirklich die Kacke am Dampf ist. Das werden wir dir dann sagen. Meins, mach doch auf hier! Oh nein. Alter, ey. Ich versuche, ihn wegzuschießen. Wir sind beide aufeinander, oder? Hinten, komm, mach. Hat geklappt, hat geklappt. Ähm, okay. Ja, das war gut. Ja, das war gut. Kommt mal mit, kommt mal mit. Lass mal zurück an. Autsch. Mal ganz kurz mit. Ich weiß nicht, wie es gerade geht, aber ich habe gerade echt... Echt Belegschaft. Einfach uns hinterher werden. Geht denn? Ja, weg. Ah ja, dann brem ich noch. Das war der Stich gleich vom Boden auf den Schatz. Ja. Trink wann denn da mit? Ja, im jeden Fall nicht in die... Hä, du hast doch die Schneide vorbereitet, oder? Ach. Allerdings haben wir... ein paar mehr Türen. Boah. Okay. Nachgeladen, ja. Ach, da oben seid ihr. Okay. Die verbarrikadieren uns jetzt hier. Boah, das ist ein gutes Stück gerade, wo ihr weg seid. Ich zieh vom gleich nach. Ja. Okay, ich kann auch so nachformen. Wir können alle nachformen. Ja, ja, mach du dann. Was meinte er dich mit vormachen? Das ist so ein Gefrierschaum, den schmieren wir noch die Türen dran, dann halten die länger. Achso. Das ist das, wo du eben ganz so vieler hattest. Boah, wegkommt, ey. Ach, lass uns die vom Leute, ich war gut, er sagt doch nichts. Okay, wir kommen weg da. Ich glaube, jetzt sind alle da. Ja. Lass mal hier gleich die Türen noch zu machen. Ja, warte aber, bis sie vorne durch sind. Jetzt. Ja. Wie immer noch nachspawnt. Ach nee, das könnte... Das könnte die Scout-Welle sein. Man hört die ja hier, glaube ich nicht. Nee, die normale, das ist die Scout-Welle, würde das sein. Ja. Hier war ja sonst nichts mehr, ne? Lockmelder nehme ich manchmal mit. So, ich nutze grad mal die Zeit. Ja, ich glaube wir haben die Welle weg, oder? Oh. Ja. Du musst jetzt die normale, die die X-Welle kommen. Oh, die waren auch ne Kiste. Medi-Packer und auch noch. Oh, hellig. Mal eins kann ich mitnehmen. Wo war das? Die Einfung lassen wir hin. Das dauert noch einen Moment. Hast du mir die jetzt weggeklatscht, Alter? Das war schon einsam Medi, aber ist egal, Alter. Aber ist das, was ich benutzt hatte? Ja. Dann kratzen wir mal schnell vom Boden auf. Oh, das wär nice. Ich will die Rundown 2 Musik wieder haben. Rundown 1 und 2. Jo. War besser. Damals war sowieso alles besser, hier ist noch ein Schatz. Damals war alles besser. Der wurde nicht schon wieder gelickt. Wo kam er denn jetzt her? Von... irgendwo. Ich glaub der ist direkt hinter mir gespawnt. Nö, die sammeln sich jetzt wahrscheinlich hinter uns, nehm ich mal an. Oh, danke Cem. Oh. So. Wo vorne kommt war es, sie haben grad ne Tür kaputt gemacht. Hier ist zu, wie viel? Okay. Ich fand schon wieder ne Tür kaputt. Ja, die ganz hinten wahrscheinlich. Hier ist Ammo 2. Ja, da kann ein Scout nicht mehr darunter. Der war ja schon. Das ist ja nicht wahr. Oah. Okay, ich bin wieder am Boden. Ich heb hier mal auf. Ja, mach. Dann hat jemand das Zeug nehmen. Jetzt noch mal Tool. Was war das? Tool nehme ich mehr. EI, ne? Ja, das. Okay, was haben wir hier? Oh, der Ball geht hier. Perfekt. Das Medi kann ich nehmen Kommt einer zu euch Jawoll, dann rein hier Ist noch ein Schrank, hier ist Ammo, Ammo 2 Wie ein Gangster Kommt was? Ich glaube, kann Latsbash sich reindrücken Was? Help! Das Ammo Pack dann Ich kann hier runterlaufen Und hier das Ammo Pack jetzt voll reindrücken Wo ist das Ammo Pack? Unten die Treppe runter Ah ok Welcome Was hab ich da noch gehabt? Ich klau mir das 2 Refill kurz Mhm Da waren 2 ne, ist das anderes auch? Ja, das hab ich auch schon eingeatmet Meine Minen sind ein bisschen leer geworden So Passiert Weiß einer von euch wie die Outdoor Sentry nachgefüllt werden kann? 2 Refill Pack Das was ich dem geklaut hab Wenn du die im Inventar hast, dann kannst du das Tool auf dich selbst anwenden Genau mit E Genau und wenn sie hier steht, kannst du mit dem Tool hinrennen Und die auffüllen Ah Mit dir mal den Key? Ja, ich bin schon da Schon reingesteckt Ok Soll ich irgendjemand noch ein bisschen teilen? Ne Bin eigentlich in allem voll Aber dann geb ich ihnen nur eins Haben wir keine Gegner mehr Doch, da kommt doch was Ok, dann lass mal schnell zuhören hier Ich stelle Turret von mir Ja Obwohl ich hab bloß nen Burst Das ist wurscht eigentlich Ist egal Ja Wie gesagt Wenn wir gleich noch Ticken Zeit brauchen, kann ich nochmal nachformen So 2, 3 Wir brauchen nicht hier bei der Tür Das war am besten genau jetzt Jetzt sofort Jetzt Mesh Ja Ich brauche nicht hier neben dem Scan Das ist ein Team Scan Ich hab nur ne Turret aufgestellt Ah, die Tür ist weg Zumindest Ist egal, jetzt ist der hier rechts gespawnt Jo Na gut, jetzt Probier ich den Elfpack rein, ich weiß nicht wieviel du hattest Ach, Mann War's ein Zweier ja, ne? Ja Jaja Guck mal Schau Genau Ja, ich hab die Tür aufgeholt Ich lass ihn gleich nicht mehr schießen Ja, ich hab die Tür aufgeholt Du musst den Töhrer nur aufheben Kommt einer zu osch Oh, der kommt Wo ist der Scouts? Ganz hinten, wo stehen? Set it Okay Soll ich hinten bei dir bleiben, Jam oder? Joa, wenn du willst Soll zu sicher Overload kommen sie raus Bomm ist wach Ah, ich hatte einen Rückner trocken Ich dachte, der würde jeder mal die Sekunde triggern Glauben wir 44 oder willst du drinnen bleiben? Ne, wir machen die einfach hier weg Okay Scheiss Schuh daa Scheiss Schuh daa Jetzt reicht's aber langsam nicht Versteht einfach Lauf doch nicht weg Äh, komm schon Okay, ich hebe ihn auf Okay, ich hebe ihn auf So, müssen wir hoch Wir haben alle, oder? Wer klopft denn hier? Ach, die sind unten an der Tür, ja Ja, haben alles 212 Okay Pass auf, dass du den richtigen Dings nimmst Wo sehe ich denn? Die Batterie ist in der Mitte, genau neben dem Ich guck noch kurz, ob es da richtig ist Genau neben dem Generator, oder was? Ja, ist es Muss in dem Mittler Sag mal die Zahl 1-4-3 Ja Jupp Okay, noch schnell rumrennen Also hier vorne war einmal ammo und 3 rumrennen Sieht vorm rennern Ich mein, ich schwere mich nicht So, welche Zone? Na, na, Dings war's, ne Einer läuft zu euch Ja Ja, also Jamgum, ich kann ja nicht jeder noch Midi geben Hammer ist hier Ich kann's mitnehmen Ja, dann stellt mal eure Sentries Jo, geht los, oder was? Ja Ist doch irgendwo ein Shooter Hinter dir ist einer Gumm Ich guck die ganze Zeit extrem, ich blick da kommt Was ist das? Was ist das? Quer dann auf zur Tür Hat jemand einen Midi-Pack? Ich würde einen touchen Ja Ich geh bei Spalten jeweils noch rein Ach das ist die Tür? Ja Kann uns ziehen, glaub ich Hallo Ich geb euch mal ammo Jam braucht nicht Nö, ich bin komplett voll Ja, Mann Ist das krassig Boah, wo geht der denn? Neben der geht der? Doch Doch Autsch Wer wüscht mich denn jetzt an? Oh, da hat mich einer mit geplast erwüscht Ja, das war ich Entschuldigung Boah, Alter, wo geht denn der Kreis hier hin, Alter Gibt's Redefine im Game? Ja Ja Oh, permanent Nur der Hammer hat keinen Unten ist ja schon der Gumm So, okay So gut Dann killen wir mal alles Uff Wut Wut Gumm, Alter, was ist los? Ich hatte Pesch Mit dem einen, der plötzlich weggekommen Einmal rum Oh, Alter, wie viele hast du denn hier noch bei dir? Nicht so viele Doch, da waren drei Stück oder so Die hatten mich nur überrascht Ich bin so ungünstig gelaufen Ich spiel hier auch mit dem Tod auf der Scheißleiter Boah, was zum Ich komm, ich kann nicht an dich ran Oh Hinter dir, oder? Hinter euch ist glaube ich was Zwei Stück Autsch Dann bin ich noch mit Thieves Jetzt hab ich auch nicht aufgepasst Da ist ein Glicker Kannst du deinen Central Healer picken? Ich hab ein HP Hilfe Du schaffst das schon Boah Ich glaub an dich Ich mach mal die Tür auf Jo Jo Bestimmt, eh im ersten Raum gleich wieder Äh, Bash, musst du an? Äh, ich dachte ich wär tot Nee Klapp Du kannst ja einfach wieder aufkommen Ja Das ist es nicht Ich hab sie schon, ne? Die ist ganz vorne in diesem Kreis Ding ist die drinnen Ja, die kommen von hier Juni, Juni Uff Da kann man noch mehr Ja, nice Ich bin schädstens Ich kann die halt nicht pingen In diesem komischen Kreis Teil Direkt am Anfang Ah, okay Ist denn? Okay, lassen wir da nicht reingehen Da brauchen wir nicht rein Sonst spawnen hier noch weiter Und Triggern den Scout Ah, die C ist es, ja Warte ich mal Cool, cool, cool Ja Ich seh nicht, was du an Prozenterzeiger hast Warte mal Das heißt, okay E drücken Hilfe Ja, noch jemand Dann Jam Allerdings noch warten Er ist gerade bei 10% Er muss ihn auf 20 auffüllen Muss ich denn hier das? Ja, aber wenn man taub drückt Ja, wenn man taub drückt Ja, wenn man taub drückt Siehst rechts die vier Leute Und dann Ja Boah, hier ist schon wieder einer Ich will doch nur in Ruhe meinen Tyrod hinstellen, ey Das hab ich nicht aufgepasst Okay, dann kommt mal her Ja Gucken wo sie spawnen Draußen bestimmt, ne? Oder hinten? Draußen Draußen Dann lass mal nach hinten laufen Okay We got this! Okay, let's go Es kommen einfach durch einen durch Denk dran, wegen dass die nicht hinter uns waren Äh, die sind ja auch gespawnt Ja ja, deswegen Na dann Rennen wir da rum und hammern Oh, Treppen Ey Ich treff schon wieder jetzt Hast du ein Toadgum, oder? Nein, nein Dann ist ja gut Ja, dann kommen wir ja gleich schon auf den Weg noch Theoretisch Ja, also Na dann gehen wir mal Ist noch mal Ammo Ich wollte grad sagen, da gehen wir mal zuxt Au Wie viel kommen denn da? Na, ein paar noch, ne? War jetzt noch ein Viererpult Nö, nö, die Welle ist ja noch nicht tot Die haben hier vorne so lange an der komischen Leiter rumgepimmelt Die Säcke Dann Kommen wir zum Spawn Gut Hä? Hä? Gibt's egal Voll Damage? Doch Ist der einfach neben mir aufgetaucht Weil du zu weit weg bist Oh, hier sind welche Gerade reingekommen Wie der einfach tot umgefallen ist Nix da Schreit ja hier rum Wieso? Guck mal, ob ich's diesmal hinkrieg, Alter Ja Kein Glück, Alter So Irgendwie die Türen hier noch groß vorn, oder? Ja, aber nur hast du Ja, kam's auch Ja? Ich steh schon mal rin Und die Tür ist eh durch Gut Gut Alright Don't waste your shots So viel Zivorgefühl haben wir hier Ist cool, ne? Nicht selten Am einen oder anderen Rand hätte ich gern mal eine Granate gehabt Ja Ich wäre schon mal informiert was kann ich sagen mal was kann ich hier dann und Ärger Wale 5 4 5 5 4 Die Ja, die zieht. Krass. 36, ja. Gute Zeit. Also ich finde die Burst echt schrecklich. Die braucht ja Ewigkeiten, bis die aufgeladen ist. Macht aber auch die Schaden. Ja, stimmt. Die Schaden macht die richtig fies. Da geht. Das ist schon richtig, aber es ist halt auch mal ganz schnell passiert, dass irgendeiner reinläuft. Und das ist dann auch halt wieder sau schlecht. Eigentlich gibt es nur... Ah, das hast du mal gedrückt. Nur drei Schwierigkeitsgrade. Extreme, Overload und halt normal das High. Okay. Wenn man alles zusammen macht, dann kriegt man so eine Art Secret Abzeichnung. Das nennt sich dann Prisoner Efficiency. Oder PE. Das siehst du auch, wenn du auf Rundown klickst. Das siehst du das oben rechts. Okay. Und für die unteren Stufen musst du sowieso eine gewisse Anzahl von High Extreme Overload freigeschaltet haben. Für die D- und die E-Level. Krass. Das ist echt krass. Ich glaube, das Game wird mich noch ein bisschen beschäftigen. Vielen Dank für den Einstieg. Das war übelst informativ. Ich glaube, der wäre ziemlich krass, wenn man neu ist, der Einstieg jetzt. Das ist genau so ein Stilbruch, glaube ich, wie in Warframe. Das ist auch wieder was komplett anderes. In Warframe bist du, glaube ich, mehr am Fliegen als am Zielen. Ich glaube, wenn du jetzt versuchst, das nachzumachen und überall reinzurennen, dann wird es wahrscheinlich nicht funktionieren. No Chance. No Chance. Definitiv nicht. Für mich einfach nicht geskillt genug. Ja, kommt alles. So, Goodie, ich muss mich leider verabschieden, zumindest was diesen Teil vom Spiel angeht. Würde mich aber freuen, wenn wir vielleicht mal wieder zusammen zocken können. Ich habe euch mal gefollowed. Streamt ihr selbst? Nö. Nö, nö. Okay. Aber genau, wenn wir es einfach anschreiben und dann. Also cool, ich würde euch mal als Freundin hinzufügen. Würde mich übrigens freuen, wenn wir das nochmal hinkriegen. Bestimmt. Supi. Dann vielen lieben Dank dafür. Jo. Bis dann. 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 Bis dann.